Hallo, ähm, Entschuldigung, ja, da sind wir wieder, äh, Dingens hier, Diablo und so, mit mir und, genau, weiter jetzt. So, jetzt sind wir Level 3, also jetzt müsste eigentlich gleich der Innenhof kommen. Ja, so, glaube ich. He, he, Kadaver-Explosion macht Spaß. Und, Anachon, freust du dich eigentlich schon auf Mist auf Pandaria? Also, da ich das ganze komische Prä-Paket bestellt habe, dass ich, äh, Pandaria und Diablo 3 zusammenkriege, muss ich, kann ich wohl nichts anderes als ja sagen. Wie du kriegst, wie du kriegst Pandaria? Oh, weißt du gleich nicht. Nee. Du kannst dir online Mist auf Pandaria holen und Blizzard gibt dir Diablo umsonst dazu. Du musst einfach nur, äh, ein Jahr lang WoW-Abo abschließen, fest. Na, das habe ich ja schon. Ja, dann kriegst du Diablo umsonst. Achso, aber du hast, so, hat sich bei dir so angehört, als wenn es bei dir noch Dings dazu gibt, äh, Pandaria noch dazu gibt, das dachte ich jetzt, das ist so. Nee. Okay, dein Skelettenmagier stand da gerade in der Ecke und hat auch den Gegner aufgeschossen. Das machen die manchmal so. Also, ich kann ihnen auch versuchen zu sagen, dass es nicht machen sollen, aber die haben so ihre Eigenarten. Wie kommen wir da rein? Ach, da ist die Tür bei dir. Und du blockierst du schon wieder, war ja klar. Ich meine jetzt, also ich meine jetzt, ohne dass du immer dran denkst, dass du dafür Geld bezahlt hast. Dann hoffe ich, dass ich mich drauf freuen werde, weil, ja, spielische Herausforderungen müssen sie erst noch bieten. Die ganzen Features, wir werden ja Pokémon einbauen, das wird auch schon lustig. Ja, das haben ja die meisten kritisiert, dass es jetzt zu kiddie-like in das Spiel ist. Naja, muss so sehen, Pokémon von der Marke her, das kannst du in fast jedem Alter spielen, weil dann, naja, bis zu gewissen Punkten macht es immer mal Spaß, würde ich sagen. Ist nur die Frage, wie gut die sind die OP umsetzen können. Es geht ja nicht ums Pokémon, aber die meisten heulen ja schon rum, dass du da, ähm, dass du da Pandaren hast. Da heulen die meisten ja schon rum. OMG, ja, Pandaren, hehehehe. Kleck Kiddies. Pandaren gibt es schon seit WC3, da sollen sie sich jetzt nicht drüber beschweren. Ja, klar, eigentlich schon, aber das kapieren doch die meisten nicht. Die sehen, oh, da kommen Pandaren rein, also ist es ein, wird es ein Kiddiespiel. Ja, dann sollen die sich mal neu herausdenken. Übrigens, ihr habt den inneren Kloster gefunden bei mir. Achso, ich komme. Nee, es ist irgendwie albern. Ich meine, vergleich das mal hier mit den Tauren. Da haben sie Riesen-Kühe hingestellt. Ist das sehr viel besser? Nicht wirklich, ja. Ja. Inneren Kloster. Wissen du? Ja, ich bin eben aus Versehen schon durchgegangen. Ja, aus Versehen. Pech gehabt. Ah, innere Kloster. Beschlossene Tür. Tschüss. Ah, sehr schön, gleich das Portal vor der Nase. Ja, cool. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo es lang geht. Die Kaka-Kompen. Geht schon wieder die Kaka-Kaka-Kompen? Die Kaka-Kompen. Die schade Kopfschmerzen. Schriftvolle an. Das habe ich auch mal. Ja, aber ich habe es nicht. Manchmal habe ich es wegen dir. Jetzt. Achso. Na, das ist doch gut. Ja, das freut mich, dass dich freut. Und hier müsste irgendwo ein Held sein. Ah. Schneller Typ. Wow. Die hauen rein. So schnell wie der Blitz. Ha, 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 ha. Oh, der hat weh getan. Verstehe ich nicht. Muss doch nicht. Da muss man Grundschule geschafft haben. Achso. Die habe ich nicht. Ja. Man kann nicht alles im Leben haben. Äh, wo ist die Tür? Und, Alter. Echt? Ich bin im Fernsehen bei RTL. Was bist du, ey? Äh. Das, das, das ist, das ist wohl der größte Selbstausatz, den ich die nicht jemals einfinden könnte. Ich bin bei RTL. Was ist mit dir? Äh. Auf deinem Niveau, Alter, gehe ich nicht raus. Hier drüben. Oh, noch ein gelber Gegenstand. Ey, der klaut hier alles. Oh, der ist im Tag voll. Identifizier mal. Meins. Identifizier auch. Wuhu. Ich meine, danke. Nog was für ein... Nog was mit Stärke und so. Okay, klar, da kommt. Willst du tauschen? Ich gebe dir meine Angst. Dieser Ort macht mich frösteln. Was macht dich der Ort? Fröstlich? Was hast du gerade gesagt? Jetzt habe ich gerade nicht zugehört. Ich spüre hier nur einen Dämon. Aber ich spüre auch ganz andere Sachen. Ich habe eine Spur. Was, eine Spur? Ja, eine ganz warme Spur. Meins. Gib mir mal die, äh, den... Gib mal den Streitkommnis angucken kannst. Kannst du meinen Axt für haben. Ach, da, kannst du haben den Mist. Wo ist sie eh nicht? Ja, was da? Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich bin der Mist, ich habe. Stärke... Will der Scheiß nicht. Dein Pech. 50 Schaden an Untoten riechst du gerne aus hier dran. Was sind das für Viecher? Komische Viecher. Viecher, die uns eben zugehört haben. Bei... Ich bin überladen. Ich schlabere doch gar nicht. Oh cool, das Ding hat sogar Life Absorption. Wie viel? 5% abgesaugtes Leben. Oh, das ist nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. Schlangenes Leder ist selbstreparant. So, du hast weggeworfen, die Rüstung. Kann ich ja eh tragen. Ach so. Ja. Was du alles nicht tragen kannst. Ich bin nur so eine Zauberin hier. Ich bin auch schon auf 37 Stärke. Weil ich überhaupt kein Mana verbrauche mit dem Char. Mache alles um meine Diener. Ja, ja. Alter Sklavenhinder. Ja, und stolz drauf. Oh nein, nicht die. Nicht die. Nein. Hilfe. Ich hasse die Kerle. Ich hasse diese Penner. Voll ging. Durch Holzkisten kann ich nicht durchstiefen, aber geht durch schwere Steinsäge. Sehr arg. Logi. Mache ich Spaß. Nö, nicht hier wirklich. Ah, hier ist. Nicht hier wirklich. Hier ist Teil 2. Level 2. Bin da. Das heißt, hier ist der Teleporter irgendwo. Irgendwo. Jaja, irgendwo. Sei froh, dass das hier noch erste Kapitel ist. Da sind die Wege nicht so lang. Wenn wir später in 3, 4 unterwegs sind. Ah, gleich Level Up. Dann. Ja, Level Up. Dann ist das ein riesiges Unterfangen hier. Irgendwas zu finden. Was der geschickt ist. Ich bin halt schneller als du. Schneller, stärker, besser. Wir haben das Geld, um mich auszurüsten. Ah, ja. Ja, da guckst du. Nee, nicht wirklich. Oh, Mann, no. Soll jetzt aber gucken. Ich mag Zuschauer. Hehehe. Nein. Menjo. Was nehme ich denn für einen Spear? Kann ich noch einen Magier holen? Nein, kann ich nicht. Golem-Beherrschung. Mh. Monsterwiderstand. Hast du keinen Big Motherfucking-Golem oder so? Ja, doch. Aber er ist auf der letzten Stufe. Achso. Jetzt habe ich gerade meinen Tone-Golem. Nennt man auch schon seinen Job. So. Er kommt hier. Ich muss in die Pärschen rein. Hast du irgendwo einen Teleporter gefunden? Nee, ich stand ja gerade bisher nur in der Gegend rum. Wofür bezahl ich dich eigentlich? Was denn? Wofür bezahlst du mich? Äh. Ich wollte gerade sagen. Oh, mein Gott, habe ich was Geiles gerade gefunden. Oh, mein Gott. Äh. Konservierter Kopf, Sockelbar, plus eins zu meinem Golem, plus drei zu Skeletten und nochmal plus eins zu Skelettbeherrschung mit Giftschaden. Richtig geil. Das wird lustig. Wie viel kann ich jetzt rufen? Vier. Whoopi-doo. Ja. Das heißt, das ist ein Big Army oder was? Na, ich habe einen mehr. Jetzt habe ich acht Mann im Gefolge, plus Söldnerin. Sie ist doch schon mal ganz nett. Biss ja... Ah, Falle. Das war ja fast wie... Eeeeee. Ja, nur ein Panischer. Hast du hier einen Schrein mitgenommen? Ja, hast du. Einen Schrei habe ich mitgenommen, ja. Eeeeee. Er hat das Gemälde gestohlen. Verhaftet ihn. Ruf den Spektor Clueso. Nee, verstehe ich nicht. Der Schrei. Ein Bild. Museum. Achso. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was hast du gefunden? Eeeh. Was heißt denn, atherisch? Reparatur nicht möglich. Verstehe ich nicht. Ja, du kannst es nicht beim Händler reparieren. Das heißt, irgendwann geht es zwangsweise kaputt. Und hier ist der Teleporter. Das heißt... Wir sind genau in die falsche Richtung gelaufen. Hast du einen Teleporter da oben links? Nee, da. Klar habe ich den. Du nicht, ja? Na doch, weil er ist der erste. Ja, ja, ja. Mehr Gegner. Nee, doch nicht. Nee, 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 nee. Wie er mir gleich mit Blitzen auf Spinnen schießen muss. Ich dachte, du kannst Schlümpfe zertreten. Warum nicht spinnen? Ja. Sag mal, dass der Spinne, dass du ihre Freunde zertreten märst. Die würde ich auch ein bisschen machen. oder so ähnlich nur gott ich gehe außenrum ich gehe nicht durchs feuer ach kacke ich kann noch nicht lang gehen doch oder ach scheiß ich will ja nicht so ein scheiß auch einmal quer durchlaufen damit du an kommst ja vor allem hast du erstmal hier nen Helden stehen lassen ja mach halt kaputt hab ich doch ich kann doch nicht jede Arbeit für dich übernehmen vor allem seit wann machst du nun mal überhaupt was seitdem du mich nicht mehr bezahlst hab ich doch nie ja eben oh Rüstung gelbe jetzt habe ich vorhin außer dem Punkt in Geschicklichkeit verbraten naja geil willst du ne neue Rüstung brauchst du nur 27 Stärke hab erst gerade mal 18 willst du behalten bis später nö nö rückwärm na gut hat auch nicht die Türen immer aufgehen das We�� dass du vor allem finden von Türen hast hier erweite die Europäer Manche Türen hören sich so an Okay Ich will nicht wissen, wie lange du dich jetzt schon wieder mit einer Tür beschäftigen kannst Das Thema hatten wir ja schon mal Ja Seh doch die Folge als Best of Von was? Tür auf, Tür zu Jetzt mit verschiedenen Türen extra für euch Ja genau Hier ist Level 3 Komm mal hier Dann müsste er jetzt der Boss sein, sofern deine Tosse jetzt gleich was labern wird, wenn du durchgehst Dann gehe ich halt zuerst durch Ah, scheiße Du solltest jetzt aufhören, wir sind bei 13.40 Okay, also den Boss machen wir nächste Folge, macht's gut, ciao